Und das ist dann immer eine ganz gefährliche, das ist ein bisschen gefährlich, weil es gibt da kein Schwarz-Weiß, weißt du so. Natürlich, du kannst eine komplette Fake-Person erzeugen, die alle lieben und wirst dann jedes Jahr deine, keine Ahnung, so drei bis fünf Millionen Euro da rausschöpern, weil alle einfach große Fans von dieser Person sind, aber am Ende macht es dich auch als Person kaputt. Und das kann auch so, wenn die Follower das rausfinden, du zerstörst auch ein bisschen so, für viele so, wenn die rausfinden, ihr Lieblings-Youtuber, hat das alles gespielt, dann zerstörst du einfach deren Kindheit, weil so Kinder heutzutage wachsen mit Influencer auf, weißt du. Das ist so, wie wenn deren Lieblingsmusiker sagen würde, so, oh, by the way, ich habe keine Songs gesungen, das ist alles nicht meine Stimme, ich lip-synke alles, so, da würde man diese Person dann auch irgendwie komplett hassen, auch dieses so Vertrauen komplett verlieren, weißt du.